Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Duke Nukem Forever. So, wir sind im Hoverdamm. Jetzt gibt es Schweinekoteletts. Mit Gefrierbrand. Das ist ja keine Munition. Was los hier? Ah doch, jetzt geht's. Keine Chance, keine Chance. Hängt nochmal zurück hier. Scheiße! Alter, wegrennen geht überhaupt nicht. Ich gönne mir Beef Jacky. Ach, geil das Zeug, ey. Dauert nur ein Smoker, halt immer so lange, bis die Teile fertig sind. Die Jungs haben keine Chance. Alter, was? Schweinekoteletts. Finger weg. Da geht ihr der Arsch auf. Mäme. Krab ich dich. Der Frierstrahl. lädt sich sogar aus. Ja, wie geil ist das denn? Paulina schreibt mir. Die Uhrzeit? Die ist wahrscheinlich jetzt gerade erst angekommen. Ach, ich habe ja eine ganze Woche Urlaub. Die ist ja nicht daheim. So. Hä? Oh, ja klar. Okay, das bringt nix. Das ist ne Alpha-Sau. Der Arsch muss wegbetzen. Nein. Nein! Jetzt kann es aber einfrieren. Und was friert, das bricht. Heu. Die Blase muss platzen. Alter, Finne, was ist denn hier wieder passiert? Wie soll ich denn hochkommen? Und hier geht's nicht weiter. Ja, der IDF-Fuhrensohn ist einfach abgehauen. Aber keine Sorge. Wir schaffen dich nach unten wie versprochen. Komm mit! Okay. Wovor? Und ein Schritt der Hau wieder. Na, bitte. Okay, da wären wir. Okay, da wären wir. Heilegescheiße, hast du einen Saustall hinterlassen. Ja, wo wohl wirklich. Ja, wo wohl wirklich. Was ist denn das? Was heißt der Wasserdampf alles so bewirken kann? Ich hasse Ventilrätsel. Ach du Scheiße. Na Klasse. So, jetzt aber volles Wund. Lieber so ein Wallermann oder etwas zum Snipern? Kann man eintauschen. Zu spät für eine Lebensversicherung. Das machst du einmal, danach nie wieder. Teleportiere dich in die Helle. Scheiße. Leiter kommen runter. Woa, 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 woa. Alter. Arschoffen? Ich bin der Duke und nach mir kommt lange nichts. Hey. Mach's gut, Mickey. Die Raten weichen den Schuss aus, ich glaub's nicht. Zeit für eine Ladung Schmerzen. Ich kann dir was schöneres zum rumschrauben vorstellen. Verdammte Kacke. Was? Ernsthaft? Na gut. Hm. Nimm das, du dreckige Ratte. Ich kann dir was schöneres zum rumschrauben vorstellen. Ich kann dir was schöneres zum rumschrauben. Scheint aber, als wüsste ich da runter. Ah, guck mal, der hört gleich auf zu drehen, verstehe. Ah, oder auch nicht. Versuchen wir's einfach mal. Verdammte Kacke. Ah, guck mal, jetzt geht's. Bin ich hier jetzt gelandet? Wesen. Wow, 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 wow. Nochmal hoch. Sehr schön. Was das? Ach du Scheiße. Das sieht nach Abenteuer aus. Hoch damit. Hoch. Das war's. Ach du Scheiße. Da haben wir an die falschen Zahnräder kommen. Nein, 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 hoch. Alter, was ist das denn? Wenn da runterkommt, ist Feierabend. Und jetzt? Okay. Das Getriebe sagt nein. Was macht ihr hier so viele Geräusche? Was macht ihr hier so viele Geräusche? Scheiße. Können schwören, ich etwas gehört. Mistfächer. Oh, eklig. Kleiner Scheißer. Hier wurde es abgekriegt. Oh, eklig. Ein paar Mistviecher. Uff. Nein. Ich war gerade zu rennen. Wie kann er mich immer noch sehen? Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Am besten will nicht. Scheiße. Jetzt holt er mich. Kacke. Ich hab irgendwas übersehen. Irgendwas, was ich hätte betätigen müssen. Der geht nach einer gewissen Zeit in den Berserker-Zustand. Und macht mich kalt. Gut. Was hab ich übersehen? Gut. Ich muss hier vielleicht irgendwas schieben. Wenn das Gerät aufgeht, dann kommt der Irre hier rausgelaufen. Hier ist alles abgeschlossen. Hier ist alles abgeschlossen. Was übersehe ich hier? Irgendetwas habe ich hier keine Beachtung geschenkt. Nur was ist es? Rechswecher. Vollstrecker. Den müssen wir irgendwie totmachen, wa? Ich werde sterben Und zwar richtig Hilfe, nein Ich werde sterben Großer als Chris, aber schlechte Laune, wa? Scheiße Geht doch Hast du jetzt davon? Alter, ein Scheißteil So, meine Freunde Leider in Rundspielze nach heute wieder Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Duke Nuke Forever Es bleibt spannend Bis die Tage Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal